Dankeschön, Markus. Vielen Dank, Herr Teschner. Danke nochmal an die Date für die nachhaltig bleibende Käseplatte. Hat mich sehr begeistert. Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, ich weiß sie nicht ins Auto bringen, ich habe es abgemessen. Ja, um was geht es? DevOps, hat jemand den Begriff DevOps schon mal gehört? Ich melde mich auch, wäre ja doof, wäre nicht. Also nicht so viele. Ja, Ziel der Veranstaltung ist, euch das so ein bisschen näher zu bringen. Ich würde es gerne live zeigen, klappt nicht. Woher geht es, wo sind die Wurzeln? Die Wurzeln des DevOps, ich komme dann auch gleich drauf, was der Begriff die Wurzeln sind. Der eine oder andere wird jetzt schon seinen Hals nach rechts bewegt haben, ist agiles Development. Das heißt, vor einigen Jahren hat man letztendlich festgestellt, ich kann jetzt irgendwie leider meine Folgescreens nicht sehen, aber das ist egal, dass das Waterfall-Developing, das heißt, Riesenmeilensteine zu machen, immer mit großen Releases zu arbeiten, einfach nicht genug ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, der eine oder andere Developer wird das wissen, wie man damit umgehen kann, verschiedene Development-Verfahren, Scrum und so weiter, wie man das Development pushen kann. Damit einhergehend führt natürlich dazu, dass man immer mehr Release-Zyklen hat. Das heißt, in der eher produktbezogenen Software-Entwicklung ist es immer mehr kleine Releases, als jetzt diese riesen Monster an Releases, die einmal im Jahr kommen. Das heißt, man hat ständige Änderungen am System, die öfters vielleicht kleine Auswirkungen haben, aber man hat einfach kontinuierlich. Das heißt, ganz, ganz viele, gerade im Web-Bereich, machen das mehrmals am Tag, mehrmals die Woche, mehrmals im Monat, wie früher zwei, drei Release-Zyklen vielleicht im Jahr. Die Konsequenz daraus ist natürlich, bei jedem Release, jeder Developer und jeder, der im Operation sitzt, weiß das, geht irgendwas in die Hose. Der eine hat es falsch dokumentiert, der andere ist zu doof, es zu installieren, irgendwas funktioniert halt nicht und letztendlich ist irgendjemand immer schuld, man selber ist es nicht. Und durch die Vielzahl der Releases, früher hat man sich halt nur zweimal im Jahr gehasst, aber Hass hat eine gewisse Halbwertszeit von circa sieben Tagen, jeder kennt das von zu Hause. Und das ist an der Stelle dann halt was, wo man sagt, dann ist es nicht so schlimm, wenn es nur zweimal im Jahr klemmt, aber wenn es halt dann öfters klemmt. Das heißt, wenn man sich jeden Tag auf die Mütze haut, dann stimmt irgendwas nicht. Also war die Idee zu sagen, wir müssen Development und Operations, also die Leute, die was entwickeln und die, die es betreiben, also die Betreiber der Seite in irgendeiner Form vereinheitlichen. Und daher kommt dieser Begriff DevOps. Also Development und Operations, Entwicklung und Betrieb zusammenzuführen. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, warum ist das wieder so ein englischer Begriff? Kann sich jeder mal selber ausmalen. Endbet hört sich nicht gut an. Ja, was ist das? DevOps, und jeder kann es selber besser lesen als ich, ist kein bestimmtes Toolset, sondern DevOps ist eine kulturelle Änderung. Das heißt, wer DevOps machen will, muss die Art und Weise, wie er in seinem Unternehmen arbeitet, wie er mit den Leuten, mit den Möglichkeiten geistig und technisch umgehen will, verändern. Das heißt, ich kann nicht DevOps einführen, indem ich mir einen DevOps berate ins Haus und sage, ab morgen machen wir alle DevOps, sondern DevOps bedeutet, die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, einfach zu verändern. Das heißt, ich habe da oben immer so ein Minus und Plus, weil ich habe ja am Anfang gesagt, was ist DevOps und was ist es nicht, um das leichter zu machen und falls ich es in der Argumentation vergesse, habe ich immer das Minus und Plus zur Kenntlichmachung dargestellt. Was ist es nicht? Gegeneinander arbeiten ist es natürlich nicht, sollte nicht so funktionieren. Das heißt, das Klassische und jeder, der, sage ich mal, länger als zehn Jahre in der IT arbeitet, kennt das auf jeden Fall, dieses Entwicklung gegen Betrieb, in der Kantine aneinander vorbeigehen, Sachen aufeinanderschmeißen, das ist ein Begriff, das kennt man. Also, was ist es mehr? Zusammenarbeit. Das heißt, ich nehme diese Kompetenzen, die ich habe, im Development, in Operations und Qualitätssicherung, an der Stelle sollte man die nicht vergessen, in irgendeiner Form zusammen, und bündle die Fähigkeiten in, ich sage jetzt mal, erst mal unter diesem Paradigma DevOps zusammen. Was es auch nicht ist, es ist kein Workflow. Das heißt, DevOps zu betreiben, ist keine, ich gehe von A bis Z, ich habe es einmal im Wiki so dokumentiert, und das ist mein fertiger Übergabeplan, der eine oder andere wird schon innerlich singen, ich habe es heute probiert, es ist auch halbwegs konsistent, das funktioniert auch nicht. Das heißt, ich kann nicht fest beschreiben, was es ist, sondern es ist wirklich mehr eine Denke als ein fester Plan. Was ganz wichtig ist für DevOps, ist automatisiert zu arbeiten. Das schreibt an sich gar nicht fest, welches Tool das vielleicht macht, ob das ein Puppet ist oder ein Chef oder CF Engine, was man für Automatisierung verwenden kann, sondern der Grundgedanke ist, wenn ich 20 Mal die Woche release, dann muss ich ein beschreibbares Template dafür haben. Das heißt, ich muss dem Entwickler eine Pflicht verpassen, seine Software vernünftig zu übergeben in die Produktion. Ich muss der Produktion auch eine Möglichkeit geben, das vernünftig zu betreiben. Das heißt aber auf beiden Seiten auch, die Leute müssen Hoheitsgebiete aufgeben. Das heißt, der Admin muss dem Entwickler mehr Rechte geben, mehr Kompetenzen, mehr Zugänge, und auch der Entwickler muss verstehen, wie soll das später funktionieren, wie kann das System funktionieren, passt die Architektur zusammen. Das heißt, die Qualität muss reproduzierbar sein. Ich muss in der Lage sein, das ein oder andere, was ich mache, desto größer ich als Betrieb natürlich auch bin oder desto verschiedene Produkte ich habe, desto mehrmals muss ich das auch ausführen, muss ich immer wieder reproduzieren können. Das heißt, ich muss genau wissen, wie kam ich von A bis Z, aber nicht in einer Workflow-Liste, die ich statisch abarbeite, sondern in einer beschriebenen, technischen, übergehbaren Beschreibung. Was es ebenfalls nicht ist, das ist so dieser klassische Projektablauf-Trichter. Ich habe jede Menge Projektteams, die sind irgendwann fertig oder glauben sie es, weil nach dem dritten Mal klicken, der Button keine Exception mehr schmeißt, gibt man es in die Qualitätssicherung. Die Qualitätssicherung sichert wie blöd, stellt irgendwann fest, wird schon klappen, gibt es dann an Operations. Operations stellt fest, ich soll jetzt vier Projekte gleichzeitig ans Laufen kriegen. Es gibt keinerlei Doku, rufen dann die Entwickler an, sagen die bei mir, wir haben es zum Laufen bekommen auf der Entwicklungsumgebung. Das heißt, dieser zulaufende Trichter ist immer noch ein klassischer Bottleneck, den man in der IT hat. Dass letztendlich Operations irgendwann am Ende des Tages, ohne jemals zuvor gehört zu haben, Software vor die Füße geschmissen bekommt und soll es dann irgendwie installieren. Der Schlüssel dazu, auch das so ein bisschen in diesem DevOps-Way zu sehen, ist, in Produkten zu arbeiten. Das heißt, man hat ein oder man hat vielleicht mehrere Produkte oder ein Produkt besteht aus mehreren Diensten und dafür gibt es Leute, die in diesem Produkt zuständig sind. Das heißt, ich habe in Produkt 1 oder Produkt 2 eben Kompetenzen aus dem Development, aus Operations, aus der QA mit drin, die auch diese Produktverantwortung haben. Das heißt, die aus diesem Entwicklung, überführenden Produktion auch am Ball bleiben und gucken, dass das System funktioniert. Ja, fränkisches Element, diese Twitter-Way gleichzeitig zu lesen, das stresst mich. Ich bin 100% Single-Task, aber ich bleibe dran. Das heißt, ein ganz entscheidendes Thema ist einfach, dass jeder nicht nach der Übergabe sagt, das habe ich vergessen, sondern einfach am Ball bleibt. Ein Riesenproblem, der Hippo-Effekt. Highest Paid Personal Opinion. Ich habe das geklaut von jemand anders, Chris Künthopp, der war schon ein paar Mal bei uns auf der Konferenz und das ist aber ein ziemlich interessanter Gedanke, dass Entscheidungen oder Wege eingeschlagen werden, egal ob jetzt in der Entwicklung oder im Betrieb, von dem, der meint, er weiß alles besser. Sei das der Chef oder ein Kollege, der ohne Basis von Fakten sagt, wir gehen diesen Weg, weil wir glauben, dass es der vernünftigste ist. Das ist einer der größten Fehler, den man letztendlich machen kann. Das heißt, das A und O für irgendwas aus DevOps-Bedachtung ist, man muss es messen können. Ob es Last ist, User, Zugriffszahlen, Performance. Wenn man es nicht messen kann, existiert es auch nicht. Das heißt, ich kann mich in DevOps-Sicht nur verbessern, wenn ich auf Basis von Ausgangswert, Veränderung neuer Ausgangswert, mich durchiteriere und vor allem auch Fehler mache. Wenn ich keine Fehler mache, dann kann ich den Weg auch nicht einschlagen. Das heißt, ich muss auch bereit sein, das zu tun. Ich muss an Schrauben drehen, muss gucken, wie verändern sie sich und wie geht es dann weiter. DevOps ist so ein Hype. Das ist 2009, ist das angegangen. Da hat man einen Namen gesucht für eine Konferenz. Das ist in Belgien entstanden. Und ich denke, dass demnächst der ein oder andere auch auf dem Marktplatz erscheint. Und da gibt es dann irgend so etwas wie das DevOps-Portal oder den DevOps-Bilder von Oracle. Es gab bisher für alles irgendeinen Bilder von Oracle, wenn es populär geworden ist. Also bin ich mir sicher, dass es auch dafür einen geben wird. Da gilt es wie immer aufzupassen. Ganz klar, das ist kein Commercial-Product-Bashing, weil das wird auch die eine oder andere Open-Source-Putze um die Ecke kommen und sagen, ich habe den neuen DevOps-Tracker. Auch das ist Humbug. Also es empfiehlt sich wie immer, genau lesen, was man bekommt. Sonst ist man hungrig. Es gibt viele Tools. Das heißt, um DevOps zu machen, gibt es einen ganzen Sack an Tools. Ob kommerziell oder Open-Source, spielt auch gar keine Rolle. Wichtig ist, ich brauche zum einen Dinge wie Continuous Integration. Das heißt, ich muss eine dauerhafte Qualitätskontrolle zu machen, um wieder Ausgangswertveränderung, Messung, Ausgangswertmessung, einen kontinuierlichen Prozess zu haben. Sowas wie Jenkins, was früher mal Hudson hieß, aber wegen Oracle. Ich will es jetzt gar nicht böser machen, als es sind. Das war jetzt schon wieder falsch. Es gibt Dinge wie Graphite, es gibt Monitoring, es gibt Automatisierungssprachen wie Puppet, Chef, CF, Engine, andere. Da gilt es letztendlich für sich rauszusuchen, was brauche ich überhaupt? Was ist mein Bedürfnis? Was muss ich machen? Mit welcher Technologie kenne ich mich auch aus? Und dann muss ich mir letztendlich da einfach aus dieser Werkzeugkiste das Richtige rauspicken. Dieser Patrick DeBoys, dieser Belger, der das ein bisschen angeschrieben hat, diese ganze Kultur, der hat es eigentlich relativ schön beschrieben. And remember, it's all about putting the fun back into IT. Und das ist eigentlich das, was DevOps ist. Nämlich nicht, wir machen irgendwas, es funktioniert nicht und wir zeigen so lange aufeinander, bis wir trotzdem nicht weitergekommen sind, aber wir wissen, wer schuld ist, sondern einfach, dass es eher ein kommunikatives Zusammensein gibt in der IT. Ich kann den DevOps-Menschen nicht anstellen. Man muss mal nach DevOps suchen, was der Leute für Zeug anstellen. Das ist unglaublich. Also das ist eine Sensation. Da kann man sich den ganzen Tag, wie bei allem, kann man sich abends kaputthauen. Das ist fantastisch. Also, heißt, ihr könnt euch nicht den DevOpsler suchen, wenn ihr DevOps machen wollt, sondern ihr müsst gucken, was habe ich denn für eigene Ressourcen im Unternehmen? Wer von meinen Admins hat denn einen Hang zum Development? Oder wer von meinen Developers hat dann auch so ein bisschen Ahnung, wie man ein Linux-System, eine Datenbank betreibt? Und die gibt es überall. Es gibt überall die, die sitzen in ihrer Nische und warten eigentlich nur drauf, dass ihnen so ein bisschen jemand das Tor aufmacht und sagt, du kannst mehr machen. Und das A und O, um DevOps zu machen, ist das Vertrauen in die Leute zu setzen, ihnen mehr Privilegien zu geben, selber bereit sein, auch den Fehler zu machen und dann kommt das auch mit. Der Irrglaube zu sagen, ich kann mir jetzt da irgendjemand ausbilden und das ist die eierlegende DevOps-Wunderwaffe, das ist einfach eine Illusion. Too big to fail. Jeder kann auf die Schnauze fallen, die Dinosaurier haben es glorreich bewiesen. Das muss man auch bereit sein zu gehen. Ich weiß, dass das schwer ist, wenn ich an ein top seriöses Unternehmen denke, wie die DATEV, wahrscheinlich einem der ältesten Cloud-Provider Deutschlands, obwohl es damals noch gar nicht wusste, dass es das gibt, die können natürlich nicht sagen, Lohnabrechnung, wir machen DevOps, haben wir mal probiert, stimmt jetzt nicht, nächstes Monat machen wir es wieder richtig. Schwierig. Aber im Web kann ich das durchaus, ich kann im Web ein Quick-Feature mal raushauen und wenn es halt falsch ist, ja, dann nehme ich es halt zurück. Vielleicht ist es sogar so, dass irgendeiner meiner Kunden draußen einen Fehler auf der Webseite sieht und er kriegt eine Error-Meldung. So what? Wenn ich in der Lage bin, von meinem Prozess, das in einer oder zwei oder fünf Minuten wieder zu beheben, dann muss ich das einfach probieren. Ja, und mit diesem, ihr müsst es unbedingt mal probieren, dann lasse ich euch. Wer noch Fragen hat, gerne hier oder auf der Webseite und wir sind natürlich unbedingt hier, da, wir suchen Mitarbeiter. Das wollte ich nur gesagt haben und wünsche euch einen schönen Abend. mit meinem Prozess, erinnere,